So und weiter geht's bei Let's Play Star Trek Elite Force 2 Ähm, wir sind ja letztens gestorben Und ja, dann machen wir jetzt einfach mal weiter Jetzt müssen wir... Die Tür und da ist er, jetzt der Idiot Genau Jetzt geht's da so hoch Und jetzt machen wir hier die Tür auf Genau Lauf, lauf, lauf Ist mein Headset überhaupt an, an, an Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe Ok Der Weg scheint ziemlich richtig zu sein, also gib mir auch den Wieso? Ich versteh's nicht. Mit so sterb ich dann da gleich. So, jetzt speichern gehe ich schnell mal. So. Gut. Das ist Hoffmanergie und das ist Lebensergie. Willkommen zurück. Puh. Puh. Legen wir los. Nee, davor speich ich. 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 Davor speich. Davor speich ich. Davor speich ich. Das war's für heute. Ach, geschafft! Ich weiß es nicht. Moment! Hat nicht der Idril vorgeschlagen, dorthin zu gehen? Ja, es war der Idril, der ihnen riet, dorthin zu gehen. Und sie vertrauten ihm. Er muss ein Spion gewesen sein. Und er führte sie in den Tod. Toll. Chang, Sie und das Team werden die Überlebenden in Sicherheit bringen. Wo gehen Sie hin? Ich suche den Idril, den Sie erwähnt haben. Wo kamen die bloß her? Start uns, Juro. Alles okay. Wir gehen durch die Kanalisation. Ich werde bald wieder zu Ihnen stoßen. Seien Sie vorsichtig. Ja, es lädt. Ja, es lädt.